Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin und faßte sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum. Und das war das Wohlfalt. Und das war das Wohlfalt. Gott hat sich über die Kunde drauf. Das war das Wohlfalt.